Hallo, mein Name ist Claudio Griese. Ich bin 47 Jahre alt und seit 2014 Oberbürgermeister unserer Rattenfängerstadt in Hameln. Wir stehen hier heute vor der Pumptrack-Anlage in der Nordstadt, weil es ein wirklicher Gewinn für die Stadt ist. Wichtig ist es für einen Oberbürgermeister, und das meine ich von ganzem Herzen, wenn man immer ein offenes Ohr für junge Menschen hat. Wichtig ist es auch, wenn man hier eine soziale Verwurzelung in unserer Stadt hat. Das ist auch bei mir der Fall und darum sieht man auch hinter mir beispielsweise die Pumptrack-Anlage, weil es wichtig ist, zuzuhören, was junge Menschen wirklich wollen und brauchen. Und auch in schwierigen Zeiten, gerade in den letzten anderthalb Jahren, war es mir immer wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu geben und sie zu unterstützen. Zunächst erst einmal soll ein Skatepark entstehen auf der Werder Insel in Höhe der Tiewalbrücke. Da bin ich sehr gespannt drauf und das wird uns auch einen großen Schub nach vorne bringen. Ich möchte gerne die digitale Jugendarbeit weiter ausbauen. Damit haben wir in der Corona-Pandemie begonnen. Wichtig ist mir auch, die sogenannte offene Türarbeit zu intensivieren, beispielsweise alleine schon mit Angeboten im Regenbogen. Fortsetzen möchte ich die Kinder- und Jugendkonferenz und auch weiterhin den Kontakt zur Vereinsarbeit mit jungen Menschen suchen. Zum einen ist es wichtig, neue Beteiligungsformate für Jugendliche zu entwickeln. Das muss nicht unbedingt ein Jugendparlament sein, aber auf alle Fälle etwas, wo Bedürfnisse junger Menschen ernst genommen werden. Wichtig wäre für mich weiterhin, gute Freizeitangebote zu haben, so wie in der Vergangenheit, aber auch mehr auf aktuelle Trends ausgerichtet. Wichtig wäre, auch Schulhöfe zu modernisieren und attraktiver zu gestalten und vor allem auch die digitale Ausbildung voranzubringen. Das ist etwas, was wir für die Zukunft brauchen. Hoffentlich haben euch meine Antworten überzeugt. Im September stehen wichtige Wahlen zum Bundestag, zum Stadtrat und zum Kreistag und auch die OB-Wahl. Wichtig ist, dass ihr zur Wahl geht und eure Stimme abgebt. Es geht um die Demokratie.